In dem heutigen Video schauen wir, wer der beste Golfspieler auf der ganzen Welt ist. Zwischen Denno, Customers, das sehen wieder unnormale Sachen. Wir spielen auf einer Worms-Map. Es wird überübertrieben heftig bei 10.000 Likes, mit der nächste Folge freigeschaltet. Und am 6.12. kommt mal ein eigener Merch an, Freunde. Hier, exklusives Design. Guckt hier, exklusiv. Einfach gerne in der Beschreibung ein Ausschecken. Am 6.12. geht's los. Es wird heftig, Leute. Abfahrt mit dem Video. Okay. Oh, Leute. Es ist wieder soweit. Wir spielen eine Runde Golf, Alter. Was haben wir hier vor uns, Freunde? Wir gucken es uns an. Hey, wie gucken wir noch mal? Zack und... Das Ding sieht ganz, ganz entspannt aus. Oh, Jungs. Wie gucken wir noch mal sich um? Mit C. Warte, 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 ich mach's jetzt mit zwei Schlägen. Sagst du, wie ist das? Ich mach's... Ah, denno. Ja, ist mit zwei Schlägen... Ja, voll, Brock, so. Nein, Digga, ich hab zu wenig gemacht. Da musst du mit Gefühl ran, so wie ich. Easy going. Ja, ja, ja. Boogie. Ja, 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 ja. Hast du Boogie auch? Ja, ich hab auch einen Boogie. Ich hab auch einen Boogie, ja. Aber halt... Was? Oh, nein! Oh, mein Gott. Das war so knapp, Alter. So bitter. So bitter. So aber auch. Kaspar, ziehen wir durch gegen die Mine. Und? Oh, mein Gott. Die explodiert gleich. Oh, mein Gott, was? Die ist einfach explodiert auf einmal bei mir. Lol. Derloh! Zieh mal ganz runter. Nein! Ja! Oh, mein Gott. Ja! Digga, mit dir haben sie nicht. Kein Problem, derloh. Zack! Hier rein. Ja, komm, komm, komm. Och, nein. Könnte ich schon... Ey, das ist weggehauen hier. So, okay. Oh, buddy! Oha. Du musst ein Jetpack verwenden. Digga, ein Jetpack. Was? Jawohl! Hä? Äh, okay. Und zack. Jetpack. 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 Oh, mein Gott. Hole in one, Digga. Hole in one. Ich auch. Ja. Den, wo der kackt, du, Alter. Oh! Ah! Oh, okay. Ah! Oh! Was lachst du denn? Sauf, Leon. Ich zeig dir mal den Pro-Move. Ja! Schnellbeck. Oh, ja! Der übelste Pro-Move. Das ist der Pro-Move. Und, oh, und. Ja, bitte! Gun, gun! Und, ja! Wie schlecht das. Sehr schön. Ey, Leute, Mann. Alle Gleichstand. Alle Gleichstand. Okay. Das ist heute, glaube ich. Das ist heute eine spannende. Denno, ich sag dir, Kasper hat heimlich geübt. Hey, okay. We got me. Yo. Okay, Moment mal jetzt hier hoch. Da ist so Wind. Seht ihr das? Stimmt. Das ist ein weißer Wind. Ich glaube, der hilft. Ah! 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 Bro! Yo, Digger. Ich will nix hören. Oh! Nein! Oh, Mist, Digger. Ey, Kasper! Ja. Pass auf, pass auf. Zack! Und Wind! Nein! Das musst du doch mit Gefühl machen, Bro. Okay. Zack! Oh! Nein! Ich bin auf die falsche Bahn. Ich bin auf die falsche Bahn. Jetzt aber. Oh! Oh mein Gott, Digga! Oh mein Gott, Bro! Ja, haust du rein, aber... Ich hab vier Schläge gebraucht. Oh, bärlich! Denno! Oh, schon fünf Schläge! Ah, wie war's, Digga, Bro, was ist da los? Fünfter Schlag, Denno! Ihr habt mich eben von der Bahn geschossen, Digga. Er hat einfach Propeller, Digga, und er kann nicht fliegen. Haha! Siebzehn! Siebzehn Schläge! Digga! Okay, aber ich bin mal ganz leise, Digga. Oh, wir haben jetzt wieder ein Jetpack. Oh Gott! Wo müssen wir denn jetzt landen? Was? Hä? Wo ist denn das Ziel, Digga? Ich seh's gar nicht! Was? Was? Ne, ne? Hier ganz hinten? Ist das alles die Map? Wie lang ist denn das? Ah! Neiiiin! Oh! Ja! Ja! Oh mein Gott, ist das hier richtig? Easy going! Bin ich hier richtig? Nein, Jungs! Ich glaub, nein! Nein! Ach nö! Ich bin in der Ecke! Ich hau mich komplett raus! Jawoll! Digga! Verdammt! Hi, Leon! Good Job, Digga! Warte doch! Warte doch! Alles entspannt! Wupp! Oh! Auch drin! Hey, Kaspar! Wie sieht's bei dir aus? Jungs, bei mir ist ganz Krise! Bei mir ist ganz krase heute! Oha! Nicht schlecht! Oh! 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 Ich rette mich! Oh! Ich rette mich! Oh! Bitte! Bitte! Nein! Ja! Oh! Alter! Ey, das wird jetzt eng ohne Jetpack! Wie hätte das... Oh! Aber sechs schläge Jungs! Junge, wie hat er das denn geschafft? Ey! 2-0 Trotz noch letzter! Doch nix verloren! Doch nix verloren! Okay, Loch Nummer sieben, ich muss sagen, ist ganz schön schwer! Alter! Was ist denn das hier für ein halbes Schlachtfeld, Mann? Ja, den Weg glaube ich nehme ich auch! Der ist glaube ich gar nicht verkehrt hier! Ja! Ha! Perfekt! Oh! Oh! Nein! Oh! Nein, 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 nein! Die Mine! Ja! Wichtig! Der war wichtig! Oh mein Gott! Zack! Ja! Ja! Sehr gut! Bitte, bitte, bitte! Ja! Wichtig! Oh mein Gott! Alles gut! Ja! Ich bin drin, Digger! Birdie! Oh! Oh! Was ist das? Das Minenfeld! Alter! Das Flugzeug, Alter! Aber easy eigentlich! Vom Fahren her glaube ich easy, oder? Easy! Das ist ganz da hinten! Jungs! Man muss einfach... Belieben! Ey, wie stand du denn schon drüben? Ey, die schlagen einen raus, die Bomben! Ah! Ah! Ja! 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 Das ist gut! 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 Oh! Oh! Oh Gott, Alter! Ist das eine heilige Karte? Das ist auch eine heilige Karte! Kennen die Leute, die so übel explodiert sind? Ich weiß, sie ist übel explodiert! Ja, Mann! Da hat sie nicht sogar noch gesagt, bevor die explodiert, so... Oh! Stimmt! Stimmt! Die fetzt sich aber auf die ganz andere... Auf das ganz andere... Pass auf, Digga! Pass auf! Ich mal's den hier! Mit Gefühl! Nein! Easy going! Gar kein Problem! Digga! Erst grad mal ein Punkt vor mir! Hahaha! Digga! Er braucht so 50 Schläge weniger, Digga! Ich hatte jetzt so voll Panik, Digga! Oh, Alter! Das sind auch... Das sind so vollkranke Maps! Äh! Oh! Oh! Was? Das war nicht schlecht! Das war nicht schlecht! Was? Oh! 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 Oh mein Gott! Oh! Oh mein Gott! Ich hab voll Glück gehabt! Ich hab mega Glück gehabt! Ja! Oh! Ah! Ja! Was ist das jetzt? Ein Schaf? Ach je! Das ist so zu einem gelaufen! Dann wird der ne rausgefeuert, Alter! Mit der Bazooka! Wow! Das dürfte lang, das dürfte lang. Ey, mich hat das Schaf weggehauen. Ah nein, so knapp, was? So Leute, wir visieren an auf den Wurmdecker, let's go. Machen wir den Weg hier? Ach nö, ey, ich bin so doof, ich bin zu experimentierfreudig, man. Ja, und hier... Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah! Schaf! Ah! Okay, pass auf Jungs, pass auf. Okay, das wird definitiv kein Achter, oder? Yeah! Definitiv kein Achter! Okay, oh Gott, Alter, wie knapp. Warum bin ich denn jetzt letzter? Gleich start, gleich start, okay. Oh, voll, Alter, wirklich sehr wildes Ding hier. Jetpack? Oh, man muss da durchmanöprieren, oder? Die fliegenden Schafe, kennt ihr die noch? Die kommt man steuern. Oh! Hey, ich hab mein Jetpack verloren! Was soll das denn? Was soll das denn? Ah! Ah! Nein! Was? So knapp! Fast hold in one! Ist ja auch ein Jetpack, einmal verloren! Ja! Bin drin! Ja, Baby! Ja, ist auch, Digga! Ja! Alter, Stimme! Deno im Boot! Deno im Boot! Deno im Boot, Digga! So, Deno, one try! One try, Deno! Und? Vollgas, du musst Vollgas geben! Er holt nochmal neu! Er holt sich nochmal neu! Er holt sich nochmal neu! Ich hatte auch neu geholt! Achso, ich nicht, Digga! Musst du! Ich hab nicht! Ich hab nicht! Und? Digga, wie hast du das denn gemacht? Digga, du musstest! Ich hatte noch 3% auf dem Jetpack und ich hab kurz vorm Ende nochmal hochgezogen! Alter, wie knapp ist das bitteschön! 3% auf dem Jetpack! 3% auf dem Jetpack! 3% Digga! Oh Leute, ein Punkt sind auf jeden Fall raus! Okay, Moment! Okay, jetzt hier! In die Bazooka! Dann rüber! Ja! Ich muss mal kurz mein Mathe-Genie-Gehirn auspacken! Wo müssen wir... Wo schießt der uns hin? Darauf? Dann drüber? Ja! Oh! Okay, ich konnte es nicht genau sehen, aber... Okay! Okay, okay! Gut, 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 gut! So, ich bin schon mal rüber geschossen worden! Ey! Deno, Alter! Ich verfluche dich, du dreckiges Stückchen! Deno, du Schwein! Mathe-Genie-Matte-Genie-Matte-Genie? Och nö! 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 Och nö! So, jetzt abfeuern! WuIii! Sehr gut! Okay Jungs! Wo müssen wir jetzt hin? Wenn sichster Schlag! Moin, Broxo! Was geht Degger? Was geht denn-o!? Oh! Ja, er gönnt noch mal! Ey! Ich hoffe... Das war dir dein Schlagwert... Und hoch da Min region... Ich hoffe, ich schob es unter 12 Schlägen... Ja! Jawoll und rein da, Digga, bevor der Typ mich noch irgendwo hinschmeißt. Ja, ich hoffe, dein Einen-Waist-Schlag war es wert und ich gewinne nachher mit einem Schlag, Deno. Nein, Jungs. Ja, ja. Also ganz ehrlich, solange ich nicht dritter werde, alles cool. Ich glaube Kasper hat jetzt, ich glaube Kasper. Ich habe verkackt, Jungs. Oh, kann man schon sehen. Er macht einen Helfer, Digga. Mein Anfang, Digga, mein Anfang war scheiße, Digga. Und zack. Und ich glaube, Schäfer schafft das nicht, mein Ring. Also ich habe, glaube ich, einen mehr als vier. Ein oder zwei, Digga. Erst mal gucken, Digga. Erst mal gucken, was Phase ist. 71. 69, Leute. Und die 69. Oha. Donkey. Alter, was ist das für eine Map, Digga? Junge. Wie lang ist der Arsch? Ich konnte nicht mal meine 50. Vollgas! Nein! Du Idiot! Sehr gut, sehr gut. Ey, Deno, hau bloß ab. Ey, dieser blöde Ziegenbock da. Okay, pass auf, pass auf. Jetzt kommt dir der blöde Ziegenbock. Oh, Deno, musst du doch doll machen. Oh, Deno, musst du doch doll machen, Deno. Junge, das ist gar nicht mal so einfach gewesen. Okay, ich bin direkt hinter dir, Deno. Und tschüssi. Ich bin direkt hinter dir. Nein, ey, gönn mir nicht. Jetzt bin ich raus, Freunde. Das war's. Das war's mit mir. Sechster Schlag schon. Jawohl. Mann! So, bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, das Richtige, bitte, das Richtige, bitte, das Richtige. Bitte, 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 bitte. Nein, ist es mich. Okay. Mann, ey, ey. Oh, mein Gott, Fisch. Oh, tschüss. Yo. Bitte was? Bitte was? Wo sind wir denn da hin? Ach, da hinten ist das Ziel. Oha. Let's go. Nein, nach links, nach links, nach links, nach links, nach links, nach links, nach links. Kann man nicht lenken? Kann man nicht lenken? Och, Mann. Das wird der Win, Digga, auf dieser Map. Die checken das nie. Die checken das nie, Digga. Okay, 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 okay. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. So. So. Oh. Jawohl. Oh. Den dürftest du aber eigentlich, den müsstest du jetzt machen, Digga. Äh. Den müsstest du jetzt machen. Der ist wichtig. So wichtig, Freunde. Sehr gut. Was machst du denn? Digga, ich muss hier rüber, sonst springt der Schreck ab. Das wird jetzt absolut... Ey. Oh mein Gott. Ist der blöd. Ich muss hier rüber. Ich muss hier rüber. Du denkst auch, du musst, du kannst doch perfekt geradeaus springen. Ja. Ey. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Na komm schon. Bitte. Bitte lass mich hängen. Oh nein. Ey. Das war's. Das war's. I. V. Geh. Abschiede. I. V. Oh mein Gott. 78. So. Erstmal das hier. Wichtig, Leute. Sehr, sehr wichtig. Ah. Er ist da rüber geflogen. Ich nicht. Hey, Digga. Der macht auch einfach immer von alleine, Digga. Sehr gut. Hey. Nein. Ja. Nein. Igel, Digga. Oh yeah. Nein. Wichtig, Leute. Nein. Und er ist richtig im Eim. Nein. Digga, dass ich den noch gemacht habe. Das wird ein heftiges Ding. Digga, ey, Baste, ey. Er hat einfach vier Schläge nur gebraucht, Alter. So ein lackiger, Digga. Wenn du jetzt keine vier Schläge hier macht auf dem Parcours, dann hab ich gewonnen. Wie soll ich denn bitte schon hier vier Schläge machen? Alter, das Min fällt, Digga. Wie kann man doch gar nicht vier Schläge machen? Rrrr. So. Rrrr. Okay, Jungs. Hallo. Batz. Oh, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ich bin nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Ja. Okay. Okay. Gut. Wichtig, wichtig, wichtig. Dann hier runter. Okay, das schaffen wir, Leute. Das schaffen wir. Alles gut. Alles gut. Der bringt mich nur näher. 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 Oh. Oh. Nein. Nein. Oh. Ja. Wichtig. Ja, Proxo, Alter. Was denn da los? Jawohl. Jetzt aber rein, ja. Toll. Ey, Mann. Ey, Mann. Ah. Denno. Denno. Kein Druck. Denno. Digga, ein DNF zum Ende wäre jetzt halt nie mal gelassen. Ach Mann, ey. Aber kein Problem. Mann, ey. Er hat einmal Glück gehabt. Habe ich die Typen zerfühlt? Einmal Glück. Habe ich es eigentlich mit vier Schlägen geschafft, Digga? Der Kasper denkt auch, wir haben Dings gespielt, Alter. Bowling. Das muss es wie immer von dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefreut hat, liken, abonnieren, Videos auschecken. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.